Okay, der nächste Programmvorschau am Starten. Tja, tut mir leid, natürlich auch mal wieder was von Logo. Ihr seht es hier eingeblendet. Geschenke oder Geldgaben als Anreiz fürs Impfen. Wo sie dann das wieder auf der einen Seite beleuchten und auf der anderen Seite, wo man dann auch wieder sagt, nee, das ist alles Quatsch. Schaut da mal euch das an, bitte. Und natürlich wie immer ein paar Punkte mehr. In so einem Witt könnt ihr euch dann anschauen, anhören bei, tja, VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WegnusTV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile. Ab damit. Und ja, dann doch vielleicht und hoffentlich bis gleich, ihr Lieben. Tschüss.